Ich verstehe, ich verstehe vollkommen. Los, los! Ich werde ihn in eine andere Pfarrein versetzen. Ich sehe ein, dass ich mich da so entschließen muss. Entschuldigen Sie mich. Was so gut war, wie sie es kann, um den Köln. Es ist das beste, ich habe ihm nur den vorgehalten. Entschuldigen Sie mich. Ja, wenn du nicht kriegst, den ich nicht schaue. Mit dem werden sie keine Werder haben. Diese halbe Portion. Entschuldigen Sie, Monsignore. Wenn ich diesem kleinen Kurslein meine Backpfeife gebe, fliegt der 20 Meter weit weg. Aber wenn ich so ein Camino eine verabschiede habe, dann bin ich nicht vom Fleisch. Aber warum wollen Sie mir meine U- ... ... ...